Nicht jeder kommt da rein, viele bleiben auf der Strecke. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuesten Video von mir. Mein Name ist Melanie Linker, ich bin professionelle Schauspielerin und Schauspieldozentin und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar wurde ich von einigen Leuten gefragt, kann ich denn Schauspieler werden? So, meine Antwort darauf ist, natürlich könnt ihr Schauspieler werden. Jeder von euch da draußen kann Schauspieler werden, wenn er es wirklich, wirklich will. Ich bin ein Mensch, ich sage jedem, du kannst etwas erreichen, wenn du nur hart dafür kämpfst. Und ich denke immer noch und ich glaube auch fest daran, dass wenn man wirklich ganz, ganz viel für eine Sache tut, dann wird man irgendwann die Samen ernten. Ihr müsst natürlich am Ball bleiben und ganz, ganz oft ist es ganz, ganz schwer und ganz, ganz hart. Aber ihr werdet es trotzdem schaffen, wenn ihr wirklich dahinter steht. Wenn ihr wirklich an euch arbeitet, wenn ihr regelmäßig euch selbst coacht, wenn ihr euch regelmäßig selbst motiviert und wenn ihr den größten Ehrgeiz ever habt. Gerade das Schauspielbusiness ist ein Business, was extrem schwierig und langatmig ist und was echt ganz, ganz tricky ist. Nicht jeder kommt da rein, viele bleiben auf der Strecke. Ich habe ganz, ganz viele Kommilitonen, die auch abgebrochen haben oder die nach der Ausbildung einfach nicht mehr weitergemacht haben damit, weil die andere Richtungen eingeschlagen haben, weil sie gesehen haben, die kommen nicht in der Schauspielereise weiter. Ich bin aber am Ball geblieben und habe versucht, alles Mögliche und alles Erdenkliche zu tun, um meinen Traum zu erreichen. Und ich würde mal sagen, ich bin auf einem guten Weg und ich werde auch definitiv weitermachen. Wenn ihr so einen Ehrgeiz habt und so viel Mut und so einen Traum, dann habt den Ehrgeiz und erfüllt diesen auch. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr hochmotiviert seid, wenn ihr ehrgeizig genug seid, dann werdet ihr das auch schaffen. Aber ihr müsst auch ganz, ganz viel dafür tun. Üben, 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 üben. Und natürlich Geduld haben und weitermachen. Ihr werdet irgendwann ganz, ganz weit unten sein und echt traurig vielleicht sein oder vielleicht auch mal eine depressive Stimmung oder eine depressive Phase haben. Aber ihr müsst gucken, dass ihr da rauskommt und euch wieder hocharbeitet. Dass ihr wieder auf dem Level seid, wo ihr mit eurer heutigen Energie und mit eurer heutigen Motivation seid. Da müsst ihr wieder hinkommen. Und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr auch Schauspieler werden. Und dann seid ihr auch Schauspieler. Denn die Schauspieler, die kämpfen sich so hoch. So, es war ein kleines Motivationsvideo von mir und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, um euch da draußen mal darauf aufmerksam zu machen, dass es wirklich ein sehr, sehr harter und steiniger Weg ist. Aber jeder kann ihn schaffen, wenn ihr nur hart genug an allem arbeitet und motiviert und ehrgeizig genug seid. Dann könnt ihr es wirklich schaffen. So, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst mal ein Däumchen nach oben. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ein Abo für mich. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir erscheint. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. So, bis dahin. Tschöö! 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 Wienersche. Vielen Dank.